komm herr, illusor alleee was ist jetzt? oh mein Gott draufhauen auch vor Ort ab und die ich bin ja auch Aura oder nur 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 aber es hat mich voll getroffen dieses Ding nur abgefallen vor allem so einer ist dauernd Euro auch nach Euro um sagt 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 er hat aber ja morgen das war zwei stück auch falsche Richtung ich hab kaum noch leben du auch das war es noch nicht gewesen mr magic irgendwas stimmt ja nicht warum toll wie soll ich das denn jetzt machen was bringt das wenn du keine energie hast siehst du frage ist ja wann ich krieg schaden wenn ich den hau irgendwo gibt es da muss es ein trick geben vielleicht vielleicht um da ich treffe den oder fischer aufhauen Mh, mach den da. Gar nix. Er sucht den nur zu helfen. Vielleicht so, wenn ich so an den ranrase. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ja moin. Wann stirbst du denn? Ja, der schickt irgendwelche komischen Dinger zu mir und dann bin ich tot. Er versucht sich zu betteln so mit dir. So mach ich noch am meisten Schaden, wenn ich auf den drauflaufe. Auch wenn ich Schaden kriege. Uah, guck. Ich hab das hier. Ah. Uah. Hui. Ui. Alter, was ist das? Aber nicht immer. Nen, 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 nen. Das ist auch Pro'dener? Hm. Ich weiß, wenn du auch mal auf den haust, so wie ich, dann hätten wir vielleicht eine größere Chance. Ich glaube, das ist noch eine Steffoss. Wie du mich einfach währenddessen so kurz mal wiederbelebt hast. Jetzt gehst du kaputt, du Flüssi. Das gibt's doch nicht. Ah, ich bin wieder da. Ich muss den so mit dem Gelaufe. Das wird er noch nicht sein. Oh nein. Na toll. Ja, das ist ja jetzt... Mecha uncool. Okay, komm mal. Hilfe. Hilfe. Ich muss schon einfach nur hinterherlaufen und hauen. So. Ist er jetzt down? Ich glaube nicht. Doch. Oh. Oh. Na klar. Was ist denn das? Was ist denn das? Mega Monströses. Geben die kleinen Fischer hier wenigstens mal ein bisschen Energy oder so? Auf einmal. Die Frage ist ja... Wie treffe ich den jetzt? Wo bist du? Kann man den treffen? Ja. Ja. Hat das denn schon mal weniger Energie bekommen? Ja. 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 Boss Nummer zwei. Ja. Wenn der rot ist, können wir den hauen. Ja. Blau, blau, blau. So, jetzt. Oh, Takao. Oh, super. Haben wir uns Kacem. Ja. Dafür habe ich eben so lange rumgezerkt, ey. Das ging ja jetzt voll schnell. Ja. Keine Ahnung. Oh nein. Und der. Ichu uma Tain. Es werden ja wohl down mit unseren lives. Hoff ich. Und auch nicht. Lulululu. Lululululu. Hey, wo bin ich denn? Julkasmus. eine ahnung was der trick bei dem hier ist besser zu daumen bitte kommt nicht noch der vierte boss wieder so was war halt schon zwei level hier gemacht voll level pushen klar geht dann so ich noch eine nicht noch eine nicht noch ich will das schwere das ist der letzte des wolfes schwertes glaube ich nicht der verliebte schnell in der die verliebt wieso bin ich eigentlich nicht Feuerresistenz, wenn ich schon als Feuer Freak hier rumrenne. Ja! Wo bist du? Ah, da ist doch Schwert! Ich hab Schwert! Oh mein Gott, wie schlau! Ich hab doch Schwert! Ich hab das mega Schwert! Schnell, hier drauf! Ach, ehrlich? Ich hätte da auch. Dann müssen wir nur ein anderes Schwert finden. Ich lass das fall und da kannst du es aufheben. Ja, das war der Endboss. Deshalb hab ich das Endschwert. Mh? Mh? Mh?! 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 Ich hab's in der Nähe. wie sie die gesicht aussieht welches gesicht von der prinzessin das ist schon am anfang gesehen die ganzen prinzessinnen die war immer kopfüber jetzt ist die bei die hässliche ich will lieber mal die staatsbissen von meinem schwert das ist ein sehr süßes was ist das? die Katze die riesen Katze die hat nur einen Arm sie hat einen Arm mit einem Auge und was für ein Level war das? wir sind die Besten wie lange dauert das bis Sofi? ja bis wir im Schloss sind ja durch alle Level wir sind doch gleich schon da ja echt? ja endlich ja endlich party mit dem geist da da guck man sieht ihr Gesicht nicht bitte oh nein ha du hast keine Chance gegen mein super Schwert ja 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 du hast keine Chance das Wolfsschwert ja 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 Was ist das? Was hier jetzt nicht ist? Denk ich nicht? Der End! Ich wusste doch, man sieht ihr Gesicht. Hat man nicht gesehen. Ah, neuer Charakter. Komischer Fleischwasser. Neuer Charakter. Komischer Ninja. Ah. Warum hast du einen anderen Charakter gekriegt als ich? Hä? Ich kann voll Stärke. Außerdem haben wir gar keinen Boomerang bisher gefunden. Ne. Voll Stärke. Jetzt gucke ich mir mal die Starts an. Ja. Ich will dich... Schmerz. Ich will es haben. Hä? Boah, ganz nett. Ja, was genau wie das? Kannst du das einsammeln? Gar nichts. Weil ich nicht Level 19... äh 20 bin. Weil ich noch ist das ja auch 20, was ich hab. Ja. Ah, ich bin gerade 19. cool. Ich hab das ultimative schwer. Ja, jetzt knackt meine. Guck mal in deine Hand. Ach so. Das war meine. Ja, was gibt's denn jetzt noch? Was ist denn da unten? Hä? Ui. Warte mal. Verrückter Modus. Was hat vorhin für erfahrene Spiele? Verrückter Laden. Verrückter Laden? Oh. Oh. Was hat denn das hier? Ah. Plus 5. Plus 5. Plus 3. Kettensägen-Massaker. Dicker. Das ist teurer. Ein Geist. Schrei doch nicht so. Das ist kein Geist. Das ist eine Robbe. Eine Robbe. Helter schießt zeitweise Eis. Was ist das? Schießt zeitweise Feuer. Uh. Was ist das? Ich will das hier. Ich habe nichts zu sagen. Ich will die Treppe. Ich wünsche ich kann das nicht mehr weh. Kannst du. Uh. Guck mal. Kannst du das mit Feuer? Kannst du das hier einen Bomben werfen? Stimmt's getan oder? Nö. Ich hab nichts. Ich will diese Robbe haben. Ich will diese Stufe. Ich will diese Robbe. Ich will diese Robbe. Ja. Verrückter Modus. Ja. Hast du schon draufgeklickt? Nö. Was? Drück mal. Ach. Ja. Da ist die Schnecke. Okay. Der verrückte Modus ist wahrscheinlich der schwere Modus. Oh. Oh. Das war mal. Warte mal. Warte mal. Haben wir da hinten wieder Buddeln? Ah. Ich bin ihn fest. Ich bin ihn fest. Toll. Toll. Ich will dich nicht. Ich bin ihn fest. Mach mich schon. Und die Gegner sind extrem stark oder was? Nein. Scheiße, ich bin sie verloren. Ich bin schon die Gegräser. Das werden wir ja da auch verletzen. NOOOOOO. ANDRUM. Da darfst du gar keine Gehirn haben. Ja, siehst du? Die sind voll stark! Wow! Digga! Hab ich getötet! Hab mein Lahmspferd. Boah, kann ich jetzt mal auf die Map kommen? Ne, wir müssen das Level beenden. Ist mir schon klar. Ich werde aber sehen, ob der Map jetzt alles noch frei ist oder ob man jetzt alles nochmal neu machen muss. Oh! Neue Waffe! Ach, was für Müll! Wollen wir alles neu machen! Oh, guck mal! Ach stimmt, wir müssen alles neu machen. Hahaha! Wo geht's jetzt da rein? Ach so, haben wir. Wo ist das? Ja. Können wir nicht zurück? Oh mein Gott, wir können nicht zurück! Nein, 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 nein. Erst wenn wir da vorne freigeschaltet haben. Dann können wir erst wieder runter gehen. Aber das sehen wir erst... Gar nicht mehr. Nein! Ich spiel doch jetzt nicht nochmal alles, nur weil's schwieriger ist. So, das war's dann hiermit. Und... Was wir noch vorhaben in dem nächsten Video? Was haben wir denn vor? Ich hab keine Ahnung. Ja, hier. Was? Was hier? Wir haben hier noch... Der verschwundene Baba. Da waren wir. Da waren wir nicht, da steht auch neu. Und Arena. Aber ich denke, wir werden den verschwundenen Baba mal reinschauen. Und bis dahin sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen! Tschüss.